Hallo und willkommen auf meinem Kanal, IngoDingoGaming. Willkommen zum ersten Video von R4. Naja, ist nicht ganz das erste Video. Einige von euch kennen mich vielleicht noch, andere nicht. Ist ja auch egal. Ich war halt ein paar Mal hier und hab's ein paar Mal gelöscht, den Kanal. Aber man lernt ja fürs Leben. Normal wollte ich mich hier mit einer Sturmmaske verstecken. Aber ich stehe, mein Mann, ich stehe mit meinen Eiern hier. Und wir starten ein neues Kapitel. Ich hab halt gemerkt, ohne R4 geht's nicht. Ich hab jetzt eine lange Pause gemacht. Und es ist mein Lieblingsspiel. Und ich vermisse es, auch Spots für YouTube aufzunehmen. Und ja, mit der Community zu schreiben. Ihr wart immer eine sehr, sehr tolle Community. Und deswegen hab ich gedacht, komm. Ich kann nicht mehr. Ist halt eine Sucht. Und scheiß drauf, jetzt bin ich hier. Und fertig, aus. Und da werde ich jetzt bleiben. Und ich hab die Schnauze voll. Weil, wie gesagt, ich hab gemerkt, dass mir das wirklich gefehlt hat. Ja, wir gucken jetzt hier. Wir sind hier auf Hecht. Fällt mir ein, ich muss auch nochmal Premium kaufen. Hab hier am Abend ein bisschen rumgeflitscht. Der größte mit 4 Kilo, 2 Kilo. Und da wurde es ein bisschen weniger. Wir haben jetzt morgen. Wir gucken mal schnell ins Setup rein. Wir nehmen nochmal schnell eine andere Schnur. Wir nehmen hier einfach so eine verrotzte, dünnere. Um weiter raus zu kommen. Wobei wir hier gar nicht weit raus müssen. Aber es geht um diesen Gesellen hier. Um den Blast X Crank. Der wird ausgeliefert mit 2 Nullerhaken. Ich hab mir jetzt die Zenith S1 Travel 1 drauf getan. In Groß 1. Das reicht vollkommen aus für den Köder. Das Ding hat eine Tauchtiefe von 80 Zentimeter. Und wir twitchen ihn immer nur an. Warten 1 bis 2 Sekunden. Also wir stellen auf 50. Dann habe ich einfach hier 30 Kilo Heavy Leader aus Stahl. Und jetzt rein in die gute Stube. Wir sind an der alten Festung. Nur ihr braucht nicht weit raus. Und jetzt kommt gleich auch schon direkt unten links dieses Twitchen. Wenn das da steht. Und ich ziehe meistens an, bin ich nur wieder erschlafft. Und wir gucken einfach mal, ob man ein paar schöne Hechte bekommen. Soll halt mal nur so ein Einstiegsvideo sein. Wie gesagt, ich war lange nicht mehr online in R4. Ich hab gesehen, es gibt viele Probleme. Stabilisationsprobleme vom Server. Halleluja. Aber das scheint auch unter anderem mit daran zu liegen, dass natürlich jetzt auch immer mehr Spieler dazu stoßen. Das ist natürlich sehr schön. Und ja, da muss man wahrscheinlich die Serverkapazitäten erhöhen. Ja, da muss man eben mit leben. Aber es gibt ja natürlich auch noch einen Abseits von R4 mit anderen Spielen. Wobei ich es doch schon ziemlich vermisst habe. Zu angeln einfach entspannt. Tja, und deswegen war ich mir da, komm, war eigentlich immer eine schöne Zeit. Und es hat mir schon gefehlt. YouTube allgemein. Und natürlich ihr auch. Jetzt hoffen wir mal, dass das hier gleich was besser wird. Aber ich glaube, so vor 5 starten die Hechte immer ziemlich wenig. Wir gucken einfach mal, was rumkommt. Und ja, ich hab mich natürlich auch mal an einem anderen Kanal probiert. Aber es ist nicht so meins mehr. Da kommt ein schöner. Ist nicht mehr so mein Ding. 6,8 Kilo. Ich bin nicht mehr der Zocker wie früher. Es ist eben so. Hier auf dem Kanal wird es auch ausschließlich nur Wascher Fisch in 4 geben. Es ist das beste Angelspiel am Markt. Man tut es doch unheimlich schwer, wenn man jetzt zum Beispiel einen R4 Kanal hat. Und irgendein anderes Spiel drauf zeigt. Das wird nichts geben. Die Leute, die hier hinkommen, die interessiert nur R4. Kann ich verstehen. Ich bin ja jetzt auch schon einige tausend Stunden dabei. Und da muss man eben einen anderen Kanal machen. Aber ich sag mal, käme jetzt ein besseres Angelspiel wie R4. Da würde man das natürlich machen auf dem Kanal. Da würden ja wahrscheinlich auch viele hinwechseln. Aber ich glaube, dass da in geraumer Zukunft kaum bis gar nichts passieren wird. Muss ich ehrlich sagen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Fischer Online, jo, ist zwar schön. Aber hat mich nicht so motiviert, muss ich sagen, wie hier das Spiel. Ja, und wie hieß das andere hier von den Call of the Wild? Das ist ja Engler. Also das ist für mich Arcade angeln. Arcade angeln. Mehr nicht. So. Jetzt haben wir wohl zwei schöne bekommen. Und diesen X-Blast kann man einfach kaufen. Für 50 Silber. Entschuldigung. Gucken wir mal. Werden wir noch hier bis Mittag bleiben. Und ich glaube, die kleineren Hechte, meine ich gelesen zu haben, die sind auch gebufft worden. Vom Geld her. Wir können ja gleich mal in den Fischmarkt nochmal reingucken, was da so abgeht. Aber wir brauchen noch ein paar mehr auf jeden Fall. Bin mal sehr gespannt. Wetter unter 10 Grad. Wetter unter 10 Grad. Wetter unter 10 Grad. Eigentlich schön. Nehmen wir mal natürlich auch mit. Ne, sag mal antwitschen. Man sieht auch, irgendwann wird die Schnur schlapp. Dann ziehe ich normalerweise an. Dann hat man auch lange genug gewartet. Anzug. Anzug. Oh, da kommt es gerade wieder links. Am 5. Februar um 22 Uhr wird der Server neu gestartet. Der Clint aktualisiert. 6 Stunden. Ja, aber sie tun ja wenigstens was. Man kann ja nicht sagen, dass sie nichts tun oder untätig sind. Um Gottes Willen. Ist ja jetzt auch nicht. Ich sag mal. Man muss ja mal bedenken. Ist ja so gesehen. Auch ein Indie-Entwickler. Na, so ist es eben nun mal. Na, die haben nicht so Kapazitäten. Halleluja. Und dafür ist das Spiel schon recht erfolgreich auf jeden Fall. Da muss man dem Ganzen eben ein bisschen Geduld geben. So. Jetzt zeige ich euch mal, wo wir hier stehen. Wir sind hier eigentlich am Zeltplatz. Da vorne ist der Artspot. Hier bei E7. Ja. Ja. E7. E7. 33, 30. Hier ist quasi kein Kraut. Dann biisiere ich da hinten diese Birke an. Ja. Da. Und bis zu dem Holz. Also hier. Oder auch neben der Birke. Das reicht. Man muss auch gar nicht weit rauskommen. Ich muss auch sagen, ich habe auch bisher nur einen einzigen Hecht als Trophäe bekommen im Spiel. Und das war hier an der alten Festung mit 14 und Kilo. Ich muss aber sagen, ich habe nie so exzessiv so auf Hecht-Trophäes geangelt. Weil der Fisch hat sich damals auch einfach gar nicht gelohnt. Muss man sagen. Na. Vom Geld her. Vom Silber her. Absolut Mist. Und ich sage mal am Ladoga See. Da gibt es ja ein paar heiße Stellen. Die natürlich immer für Trophäen-Hechte gut sind. Aber wie gesagt, das hat sich nie so gelohnt. Ich bin mal gespannt, wie es gleich silbertechnisch aussieht. Gucken wir mal nicht auf die Gesamtsumme. Weil Hechte sind schon ziemlich launig hier in dem Game. Auf jeden Fall. Dann geht es mal ein paar Mal. Dann machst du wieder 20 Würfel für Nüs. Jetzt haben wir wieder einen. Oh, ist auch ein schöner. Randa, Junge. Randa. 5 Kilo. Das ist doch super. So. Jetzt muss ich noch kurz eine Dampf ziehen. Ja, ich angelte es noch ein bisschen hier. Dann guckt man gleich mal im Fischmarkt rein, was so passieren wird. So, da sind wir nun. Jetzt gucken wir mal. Ich habe auch nicht mehr viel weiter geangelt. Ich freue mich, mich interessiert. Das ist nämlich mal wirklich der Verdienst. War jetzt 35 Minuten nach Preis. Ah ja, 36 Silber, 6,8 Kilo. So, 5 Kilo, 27 Silber. 22 Silber, 17. Die sind auf jeden Fall angehoben worden. Diese, ich glaube auch 3 Kilo ist Chat, meine ich, Größe. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ihr seht, selbst ab 2 Kilo kriegt man schon über 10 Silber. Das ist völlig in Ordnung. Ich sage mal, wenn man jetzt in einer Stunde hier auf 300 kommt, dann ist das, wie ich finde, standesgemäß für den Hecht. Sehr schön. Sollte mal ein Video zum Wiedereinstieg sein. Freut mich, wenn er wieder mit dabei währt. Und allen Hate und Beschimpfungen gerne auf www.spinner.de. War natürlich schon Spaß. Aber könnt ihr euch auch über mich auslassen. Unterm Video kein Problem. Danke fürs Einschalten. Und ich freue mich, wieder zurück zu sein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.